Dies ist die geführte Meditation, um dich zu erden. Schaffe dir einen Raum, wo du ungestört bist für die nächsten paar Minuten. Und ja, ich empfehle dir, diese Meditation im Stehen zu machen, damit du einfach mit deinen Füßen auf der Erde stehst. Und dann legen wir mal los. Also stell dich bequem hin, am besten die Füße so schulterbreit auseinander stellen. Sodass du für ein paar Minuten da gut stehen kannst. Richte dich ein. Vielleicht hast du die Möglichkeit, es draußen im Park zu machen und du hast dich jetzt über Kopfhörer in deinem Ohr. Und kannst vielleicht deine Schuhe ausziehen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das Barfuß zu machen, wenn die Temperatur es erlaubt. Aber es geht auch auf Socken oder auch in Schuhen. Alles ist gleich gut möglich. Und ja, dann kannst du als erstes mal so deine Füße, deine Zehen so ein bisschen bewegen, hin und her so. Vorne auf den Ballen und hinten zur Ferse. Und alle Zehen mal so bewegen, aktivieren. Es geht jetzt um die Füße, um die Erdung, um den Kontakt zum Boden. Und um dich leichter einzuspüren in das, was ich jetzt sage, empfehle ich dir die Augen zu schließen. Je nachdem, wie deine Umgebung gerade so ist, aber schließ deine Augen und spür mal deinen Atem, wie er automatisch ein- und auslöst. Wie dein Brustkorb sich hebt und senkt, bei jedem Einatemzug und jedem Ausatemzug. Und nimm mal drei stärkere Atemzüge, um mehr und mehr in der Meditation anzukommen. Tiefer, als du es normalerweise tust, richtig bis runter in den Bauch. Du kannst dazu deine Hände auf den Bauch legen, unterhalb des Nabels und zieh den Atem so weit runter, dass du ihn unter deinen Händen spüren kannst. Und jetzt, wo du mehr und mehr in der Ruhe ankommst, in der neuen Situation, vielleicht spuken dir noch ein paar Gedanken des Alltags im Kopf herum, dann kannst du die auch immer in den Ausatmungsstrom legen und ausatmen. Und die brauchen wir gerade nicht. Und du lässt die Gedanken, kannst dir auch vorstellen, du lässt sie vorbeiziehen, wie Wolken. Und immer wenn du merkst, dass du dich verhedderst, konzentrierst du dich wieder auf deinen Atem. Auf den Einatem und den Ausatem. Und nun, stell dir vor, du bist ein Baum. Es ist ganz egal, ob dieses Bild jetzt von alleine in dir auftaucht oder ob du es dir bewusst vorstellst. Deine Arme sind die Äste, die in den Himmel ragen. Deine Füße stehen fest auf dem Boden. Und stell dir vor, wie aus deinen Füßen Wurzeln wachsen. Entweder sie sind da von alleine oder du imaginierst sie dir. Machst dir ganz bewusst dieses Bild, wie aus deinen Füßen Wurzeln wachsen. Und mit jedem Atemzug wachsen sie tiefer und tiefer und tiefer in die Erde hinein. Sie wachsen auch in die Breite, immer tiefer, immer weiter, immer breiter, sodass du immer stabiler wirst. Und du spürst, wie sie sich mehr und mehr in der Erde verankern. Mit jedem Atemzug tiefer und breiter in die Erde hinein. Mutter Erde, die dich trägt und dich mit allem versorgt, was du brauchst. Du spürst, wie du durch diese Wurzeln immer stabiler in dir wirst. Aufrechter. Und durch die Wurzeln wirst du mit allem versorgt, was du brauchst. Du kannst alle Nährstoffe, alle Gefühle aufnehmen, die du brauchst. All die Kraft kommt aus der Erde, die dich trägt. Und dir Halt und Stabilität gibt. Und du verinnerlichst dieses Bild immer mehr. Du als Baum. Dein Körper ist der Stamm. Und aus deinen Füßen wachsen Wurzeln. Und dein Kopf und die Arme sind die Äste, die nach oben zeigen. Und es weht ein lauer Wind durch deine Krone. Und weil du so gut und tief in der Erde verankert bist, kann der Wind auch stärker sein. Egal, was dir im Leben widerfährt. Durch deine tiefen Wurzeln hast du all die Stabilität, die du brauchst. Und immer, wenn du spürst, dass du mehr Stabilität und Stärke und Verwurzelung brauchst, dann imaginierst du dir diese Wurzeln. Du erinnerst dich an diese Wurzeln. Die dir Halt geben und Stabilität und dich mit allem versorgen, was du brauchst. Und ganz langsam bewege deine Füße. Bewege deine Hände. Und komm ganz langsam wieder da an, wo du gerade bist. Und öffne in deinem Tempo die Augen. Und noch eine kleine Empfehlung am Ende. Immer wenn du etwas isst, oder manchmal wenn du etwas isst, mach dir bewusst, dass dies in Mutter Erde gewachsen ist. Und dass du mit jeder Nahrung, die du zu dir nimmst, auch die Erde aufnimmst. Die dich nährt und stabil macht. Und dir Kraft schenkt. Und jede Pflanze war in der Erde verwurzelt. Also nimmst du auch die Wurzelkraft mit jeder Nahrung zu dir auf. Und ich hoffe, du bist jetzt wieder ganz wach im Hier und Jetzt. Und hast deine Augen spätestens jetzt geöffnet. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe dir. Alles, alles Liebe dir.